Kullala Chakrasana, die Töpferscheibe oder auch Drehung im Stehen. Elena zeigt, wie es geht. Ausgangsposition stehen, von hier gib die Arme zur Seite und dann drehe dich zur Seite beim Ausatmen nach rechts, einatmen zur Mitte, ausatmen nach links und mach dies einige Male. Du kannst es ruhiger machen oder in Indien findet man auch die Stellung sehr flott, damit sie aufwärmt. Kullala Chakrasana gehört zu den dynamischeren Stellungen, die man zum Beispiel auch in dem Text namens Shri Tattva Nidhi findet, die dienen zum Aufwärmen und helfen auch anschließend die ruhig gehaltenen Asanas auch gut halten zu können. Kullala Chakrasana hilft die Flexibilität im Bauch und im Rücken zu bekommen, beugt Spannungen im Rücken vor und hilft auch für die Flexibilität in den Bandscheiben. Mehr Infos zu vielen Asanas, auch zu den Asanas aus Shri Tattva Nidhi unter wiki.yoga-vidya.de Beugt Spannungen im Rücken